Ja, Rebecca ist eine Frau aus dem Widerstand hier im Wendland, so wie habe ich sie wahrgenommen, so die ersten Male. Das ging mit dem Widerstand in Gordheim um die Endlager- und Zwischenlagerpläne der alten Bundesregierung los. Und ich muss sagen, sie ist immer auch wieder in Brennpunkten gewesen, wo es darum ging, zu vermitteln, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg, um letzten Endes auch die Interessen der Bevölkerung und der Demonstranten gegenüber der Staatsmacht, die dann doch hier sehr präsent war, irgendwie dann durchsetzen zu können. Ja, denn den Weg durch die Instanz mehr in die Politik nach Europa, sich berufen gefühlt, einigen war das ein Dornenauge, aber sie hat sich immer versucht, irgendwie so an ihren Wurzeln zu orientieren und irgendwie so ihre grünen Politik von innerer Überzeugung getrieben weiterzumachen. Das ist das, was ich so irgendwie so mitbekommen habe. Wir haben doch alle am gleichen Strang gezogen und haben, denke ich, auch dadurch einiges hier bewegt. Und man kann hoffen, dass sich vielleicht auch in Zukunft einiges bewegen lässt. Auch Think Big, Europa und der Rest der Welt geht es zu bewegen, irgendwie so mit dem Atomwahn mal ein Ende zu bringen. Vielleicht ist Rebecca die Richtige dafür, wird sich zeigen. Vielleicht wären das andere Leute auch zu sehen und ihr wird eine Chance gegeben. Schauen wir mal.